Das Thema ist Manifestieren und Heilen. Manifestieren ist Heilen, weil wir sind, unser Körper, unsere Form ist eine Manifestation unseres Geistes. Und wir haben die Auswahl in einer dualen Welt, zwei Geisteshaltungen sozusagen auszuwählen, zwischen zwei Geisteshaltungen auszuwählen. Die eine Geisteshaltung ist die, ich bin die Form, ich bin der Körper, ich bin das Feste, ich bin das Manifest, ich bin das, das sich mit meinen fünf Sinnen anfassen kann, sehen kann, riechen kann, spüren kann. Und die zweite Geisteshaltung ist die Geisteshaltung, ich bin der Geist hinter der Form. Ich bin der Geist, der alles manifestiert. Ich bin der Gott, der heilige Geist. Also wie du das nennen möchtest, das ist die zweite Perspektive, das ist die zweite Ansicht. Die eine Ansicht ist sozusagen von außen nach innen und die andere Ansicht ist von innen nach außen. Und die von außen nach innen Ansicht ist unsere generelle Ansicht, die wir gelehrt bekommen von unserem Umfeld, die alle Menschen tragen. Das, was ich nicht sehen kann, glaube ich nicht. Das ist doch so ein wichtiger Grundsatz. Ich glaube es erst, wenn ich es sehe. Und genau diese Haltung, diese Haltung, dass ich es erst sehen muss und dann glauben muss, hält mich also im Kreislauf fest. Hält mich darin fest, dass ich immer wieder das gleiche sehe und das gleiche glaube, vom Gleichen überzeugt bin und dann auch noch ganz frisch und fröhlich und glücklich bin, wenn ich ja recht habe. Ich habe es ja gesagt, ich habe es ja gewusst, ich habe es ja vorausgesehen, bla bla bla. So sind die Dinge halt. Es ist halt so, alles hängt so zusammen, wie wir das glauben und ja, dann kann sich nichts verändern. Dann manifestieren wir kleine Veränderungen, dann manifestieren wir kleine Heilungen, dann manifestieren wir kleine Verbesserungen. Aber sogenannte Quantensprünge manifestieren wir nicht. Und das ist genau das, worauf sich auch mein Video bezieht, das ich auf YouTube hochgeladen habe gestern, wo die eine mir dieses E-Mail geschickt hat und nach einem Update, ich glaube aber sie meinte, ein Upgrade gesucht hat in ihrem Körper. Aber sie war auf einem Retreat und hat eben gehört, dass man da Updates oder besser gesagt, das heißt Upgrades vom Körper bekommt in diesen Retreats. Und diese Upgrades fühlen sich dann an wie ein Fieberschub oder eine Erkältung, eine Grippe. Und sie hatte das eben nicht nach ihrem Retreat. Und jetzt glaubt sie, dass eben dieser Upgrade nicht passiert ist, dass ihr Körper sich nicht verändert hat. Weil ich weiß ja, ich meine, ich habe das lange genug mitverfolgt in der Dr. Joe Dispenza Community und dann werden diese Sachen halt geteilt und diese Wunderheilungen und diese Upgrades und diese schnelle Veränderung. Und man nimmt da immer Bezug auf den Retreat oder auf die Meditation. Aber die Wahrheit ist, solche Sachen passieren, wenn ein Bewusstsein sich geschifftet hat. Wenn das Bewusstsein von, ich bin nicht in Ordnung, an mir ist was kaputt, ich bin nicht gut genug, dahin geschifftet ist zu, oh mein Gott, an mir ist ja noch nie was falsch gewesen. Ich bin absolut göttliches Design. Das Einzige, was an mir falsch ist, ist zu denken, dass ich falsch bin. Diese Ansichten zu teilen, dass man nicht gut genug sein kann aus irgendwelchen Gründen. Die Zusammenhänge zu teilen und zu sagen, ich bin nur erfolgreich, ich bin nur gut, ich bin nur richtig, ich bin nur geliebt, wenn, 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 wenn. Und dieser Bewusstseinsschiff, der kippt irgendwann mal, irgendwann mal kippt er. Und wenn es zufällig beim Retreat ist oder bei einer Dr. Joe Dispenza Meditation, dann sagt niemand, was für eine Bewusstseinsarbeit vorher schon stattgefunden hat bei dieser Person. Wie viele Ansichten, Überzeugungen, Denkweisen über sich, über das, wie das Leben funktioniert, über das, wie wir uns hier manifestieren als göttliche Wesen, als geistige Wesen, als energetische Wesen, die hier in einer körperlichen Form, in einem formvollen Universum durch die Weltgeschichte gehen und Dinge erleben. Und das ist so wichtig, dass man das erkennt und dass man da diesen Druck rausnimmt und dass man es anerkennt, dass es eine Bewusstseinsreise ist. Ich nenne sie eben die Weindesignreise in das göttliche Bewusstsein, wo ich wirklich weiß, dass ich bedingungslos, grundlos, einfach nur, weil es einfach so ist, weil es ein Fact ist, in absoluter, perfekter Ordnung bin, in göttlicher Ordnung und göttlicher Versorgung, göttlicher Fülle, göttliche Erfülltheit, göttlicher Liebe und göttlichen Reichtum. Egal, was sich draußen zeigt und mein Ego meint, sich dafür Geschichten zusammenbastelt. Und mir ist es wichtig, dass die Leute, die wirklich jetzt hier noch körperliche Sachen haben, wo sie meinen, das müsste sich doch verändern, das müsste doch verändert sein, meine Gesundheit muss doch eintreten, wenn ich diese ganze Arbeit gemacht habe, wenn ich brav war, wenn ich immer schön meditiert habe, dann muss es doch irgendwann mal diesen Upgrade geben und dann muss es doch diesen Rums geben. Und dann muss ich doch von jetzt auf nachher plötzlich, muss sich die Waage geändert haben und ich habe diese Wunderheilung und so weiter und so fort. Und genau das ist das Gleiche wie beim Manifestieren. Wenn ich immer meine Aufmerksamkeit drauf habe, wie ist es jetzt, wie ist es jetzt, es ist noch nicht besser, es ist noch nicht besser, es ist noch nicht besser, es ist noch nicht da, es ist noch nicht da, es hat noch nicht geklappt, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Dann bin ich in dem Mangelbewusstsein. Dann bin ich in dem Bewusstsein, dass etwas mit mir nicht in Ordnung ist, dass etwas mangelt, dass etwas fehlt. Und das ist bei Heilung und Heilung ist Manifestation, ist es genau dasselbe. Und erst wenn ich diesen Augenmerk von der Form nehme und von der Zeit nehme und einfach nur anerkenne, dass ich formlos in Ordnung bin, formlos, grundlos, zeitlos in Ordnung bin, Da kommt übrigens auch wieder dieses Thema Longevity rein, oder zeitlos, ich bin zeitlos in Ordnung. Die ganze Altersphobie und so weiter, die jetzt gerade hier im Hypen ist, das ist genau das Gleiche. Die Moment, wo ich in dieses krasse Bewusstsein reingehe und sage, boah, ich brauche nichts von Form, ich brauche nichts von Zeit, ich brauche nichts von diesen zwei Sachen, weil ich bin der Geist, ich bin die Energie, ich bin selbsterfüllend. Weil ich bin die Erfüllung per se schon. Und wenn ich mir diesen Zustand erlaube und dieses Gefühl erlaube, dann gibt es diese Wunder, dann gibt es von mir aus auch diese Upgrades oder Updates oder wie du es nennen möchtest, Spontanheilungen. Plötzlich von einem Moment zum anderen ist es anders wie vorher. Plötzlich, wie das bei mir war, steht der Mann, den ich mir manifestiert habe, vor der Tür. Und genauso plötzlich ist er wieder gegangen. Aber ich habe ganz genau gewusst, wieso er gekommen ist und ich habe genau gewusst, wieso er gegangen ist. Und ich habe niemals daran festgehalten, auch an meiner Gesundheit. Ich habe Entscheidungen getroffen. Ich habe insbesondere auf meine Gesundheit bezogen, habe ich gesagt, entweder wird mein Leben geil oder es wird gar nicht. Und logisch wird es dann geil. Es sind Entscheidungen. Und wenn ich die Entscheidung getroffen habe, dann weiß ich, dass sich alles danach ausrichten wird. Nur mein Problem ist immer wieder, dass ich hin und her hüpfe, dass ich die Entscheidung wieder revidiere, weil ich es noch nicht im Außen sehe, weil ich kein Upgrade habe, weil ich keine Flur habe, Dispenser-Flu, weil ich was weiß ich nicht was habe, was die anderen scheinbar alle haben. Aber ich muss es an nichts festmachen. Ich muss nichts an etwas festmachen. Und auch diese ganzen Geschichten, Anzeichen zu suchen und so weiter. Das braucht nur unser Human-Design-Mind, unser analytischer Mind, unser Ego-Design-Mind, der einfach nicht verstehen will, dass es nur um Energie geht und dass es Energie keine Anzeichen hat. Was hast du denn für ein Anzeichen, wenn du das Licht anschaltest? Hast du vorher da Anzeichen gesehen in deinem Raum, in deinem Zimmer? Es war dunkel, es war dunkel. Und plötzlich hast du dich entschieden, den Lichtschalter anzustellen. Und zack, war es hell, da gab es ja auch vorher keine Anzeichen. Du hast auch nicht geguckt, wird es vielleicht hell, wird es vielleicht von selber hell? Nein, es braucht kein Anzeichen. Es braucht nur die Ermächtigung und die Berechtigung, dass du den Lichtschalter bedienen darfst. Und dass du ihn anlassen darfst. Dass du ihn anlassen darfst. Und selbst wenn es dann wieder von selber hell wird, dann darfst du trotzdem den Lichtschalter anlassen. Du musst den Lichtschalter niemals ausstellen. Du darfst immer voll on sein. On, 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 on. Wir haben keine Knappheit, wir müssen nicht sparen. Wir sind on. Wir sind immer on. Unser Leben ist on. Und genau um das geht es, um das zu verkörpern, um dieses Lebensgefühl endlich zu begreifen und aufhören zu suchen und zu hören, wie es andere gemacht haben. Das Einzige, was interessiert, ist, wer andere sind. Und was sind andere? Was glauben sie über sich? Was haben sie für Überzeugung über sich? Und manche haben eben einschränkendere Überzeugungen wie andere mitgekriegt. Und für die, die halt einschränkendere Überzeugungen haben, für die ist es halt ein bisschen herziger, sich wirklich von diesen zu trennen. Weil da ist ja ein Riesennetzwerk, eine Riesenmatrix, ein Riesengeflecht von Zusammenhängen. Und wenn ich dann ein, zwei, drei aufgebe von diesen Zusammenhängen, dann kommen dann die Nächsten zum Vorschein. Aber dass ich einfach sage, es gibt keinen Zusammenhang. Es gibt nur mich. Und ich bin das, was ich sage, was ich bin. Und ich bin perfekt. Ich bin in Ordnung. Und in allerhöchster Ordnung. Ich bin geliebt. Ich bin reich. Ich bin versorgt. Ich bin perfekt. Darum geht es. Darum geht es. Wenn ich das in mein System kriege, dann kriege ich diese ganzen neuronalen Verbindungen neu. Und was weiß ich nicht was, was man da alles physikalisch und sonst noch weiß, nachweisen kann, wenn man das tun möchte. Aber letztendlich interessiert mich doch nur, wie geht es mir? Wie geht es mir? Ich bin erfüllt. Ich fühle mich wohl. Und deswegen heißt es, meine Firma, meine Firma, auch mein Brand, auch My Well Feeling. Um was anderes geht es doch nicht. Ich will mich doch einfach nur wohlfühlen. Der Rest ist doch scheißegal. Und wohlfühlen tue ich mich, wenn ich weiß, wer ich bin. Wenn ich weiß, dass ich keinen Mangel habe, keine Sorgen habe. Wenn ich weiß, es ist in Ordnung. Es ist verdammt nochmal in Ordnung. Ja, in diesem Sinne, das war eine Ergänzung zu diesem YouTube-Video, gerade hier, wo noch ganz, ganz viele Fans von Dr. Joe Dispenza da sind. Und ich bin auch Fan von Dr. Joe Dispenza. Aber es gibt einfach noch so viel mehr zu tun und zu verstehen und zu erkennen, als einfach nur zu warten, bis in der Meditation plötzlich einem das Licht aufgeht. Es gibt so viele Lichter, die uns aufgehen müssen, bis zu dem Weg, wo wir zweifellos anerkennen, wer wir sind und wie kraftvoll und machtvoll wir sind. Und dass wir die Manifestation unserer Welt und unseres Universums sind. Ganz alleine. Das ist verdammt alleine hier. Da oben auf dem Manifestationsthron, wo nur jede Entscheidung und jede Ansicht und jede Überzeugung, die ich habe, zählt. Nur ich zähle. Ich bin, ich bin, dass ich bin. Alles klar, ihr Lieben? Also, teilt schön. Es ist so, so wichtig. Mal schauen, ich werde es wahrscheinlich noch downloaden, auf YouTube auch noch hochladen, weil es da doch mehr Leute erreicht. Facebook ist schon so ein bisschen abgeorgelt. Und es ist so wichtig, nicht mehr in diese Fallen hineinzutappen und sich dann da drin im Kreise gefangen zu halten, weil man meint, es muss einen bestimmten Weg gehen. Es muss einen bestimmten Update, Upgrade Weg gehen. Es muss bestimmte Zeichen sein. Es muss irgendetwas sein. Es muss gar nichts sein. Nur du musst sein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.